Ah, ich glaube, von hier aus können wir wieder zurückgehen. Ich will jetzt mal gucken, meine Sicherheitsanschuhe. Die Rüstung geht noch nicht. Ah, man kann Sachen als Schrott markieren. Dann weiß man dann genau, was man wegschmeißen kann. Momentan, was man dann verkaufen kann, so gesehen. Mal wieder hier runtergehen. Alter, gibt das Schaden. Ah, jetzt wieder eine kleine Kiste. Explosionsgeschoss. Hier gibt es Werkzeug. Ich weiß doch noch nicht, was das ist. Na gut, das bringt erst, wenn man die Werkbank frei hat. Das haben wir ja noch nicht. In der Beta hier. Ach, weil du das jetzt aufgenommen hast, habe ich das auch automatisch bekommen. Geil. Kriegst du eigentlich auch die Sicherheitshandschuhe, so wie ich eben, wenn ich die aufnehme? Ne, ne? Sowas nicht, aber nur lootbares, glaube ich. Ach so. Wo ist Tiger nur geblieben? Komm, hier ist ein Bus. Können wir da rein? Schön bisschen Bus fahren. Hey, lass mich rein, ey. Du bist zu gucken bei der vermissten Person jetzt, oder was? Oder wie bist du da reingekommen? Ach da, das Tor. Oh ja, Augen auf. Lein, lauter Leichen hier. Alter, was für Leichen, ey. Ach, das ist das Ding hier unten am Pier, ja. Oh nein. Wo man gestartet ist. Hey, was ist denn das? Jetzt ist er weg. Das sind sichere Bereiche, ja. Da gibt's Einsatztafeln, oder? Das sind hier die Anfänger, die hier gerade kommen. Hey, hey, die Nubis. Hier ist eine Einsatztafel, die kann man lesen. Gibt's noch, ah ja, gibt's noch ein paar, äh, kleinere Missionen noch hier. Ein paar Quest. Hier ist ein Lager. Hinten ist JTF Officer, da würde ich mal hin. Oh, guck mal, der macht das richtig gut. Oh, dann kann ich auch Lager öffnen. Ich mach mal mit ihm. Guck. Wir machen das schon fast, wir machen das voll synchron. Guck mal. Ja, ich komm mal. Ja, fast. Da kann man ruhig mal klatschen. Und wieder Nebenansätze entdeckt. Geil, Mann, was hier Missionen gibt. Ja, da kann ich auch. Oh, Waffenhändler. Könnte ich mir sogar kaufen, Alter. Ich verkaufe jetzt erst mal in andermachen. Ah, okay, da kann ich auch gucken. Okay. So kann ich hier sein. Ich meine, gibt es Vorkehr um, um die Regierung in einer Krise aufrecht zu erinnern? Stimmt. Stapelweise geheime Dokumente, Lager. Ich kaufe mir jetzt die Magnum. Kaufen. Boah, ist die teuer. Die blauen Waffen sind richtig teuer. Die Magnum verkaufe ich wieder. Die ist gar nicht so gut, habe ich mich voll verguckt, ey. Oh, das gibt total wenig Kohle. Oh, Fehlkauf, ey. Das ist nummerreich. Egal, gut, nicht tragisch. Gibt es Schlimmeres. Agenten finden. Explosion am Tanten. Abbrechen, ich will keine weiteren Leute finden. Gibt es hier nur einen Waffenhändler, oder was? Ne, da hinten gibt es einen Händler. Ne, da gibt es nur was für einen Fristus. Wollen Sie was kaufen? Ne, da gibt es einen BK. Was brauchen Sie, wenn Sie was gebrauchen? Vorbereitende Maske. Ich glaube, ich will uns nicht fehlen. Dann auch, was ist denn? Anpassbarer Rucksack. Versiegelter Plattenrucksack. Oui. Dreher. Hier, laminierte Weste, die kann man hier kaufen, Alter. 1100, Alter. Krass, ey. Das ist ja wie wohl das, oder? Bringt mir nix. Die Rucksack, Knieschoner. Boah, Knieschoner würde richtig was bringen. Der Holster auch. Die Handschuhe nicht so viel. Holster und Knieschoner würden mir was bringen. Weste habe ich ja. Und die Maske. Auch nicht viel. Gibt es hier nicht noch irgendwo einen Händler? Nein, nein. Ich habe da irgendwo nochmal so einen Mod-Händler. Den gibt es hier nicht, oder was? Ja. Ne, aber ich würde sagen, das gönne ich mir jetzt mal. Ich gönne mir jetzt mal den verstellbaren Holster. Ich würde mal kaufen und anlegen. Und die Weste behalte ich. Danke für Ihren Besuch. Danke für Ihren Besuch. Spieler betrachten. Ich mache jetzt mit dem anbimmeln. Ach Kader. Jetzt kommt ein Kader hierher. Komm, 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 komm. Richtig lustig gespielt eigentlich. Also das haben wir ihn jetzt. Aber ich frage mich jetzt nur wo Tiger bleibt. Ich mache jetzt mit dem den Hampelmann. Und gehe in der Zeit mal jetzt mal schnell. Normale Zigarette schnell rauchen. Ich bin in zwei Sekunden wieder da. Bis gleich. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Bin ich ja wieder. Einmal vermisste Person. Hast du jemanden eingeladen? Nö. Hä? Ich habe eigentlich eine Mokie. Hast du irgendjemanden eingeladen zur Gruppe? Okay. Hast du mit? Ja. Einfach geradeaus wieder raus hier. Oh, ich muss das Ding noch ausmachen. Ich bin voll Idiot. Ich habe heute eigentlich einen Freund hier angezogen, aber den sehe ich nicht. Wo müssen wir denn da hin? Ach, da hin muss man dann, oder was? Oh, falsch gelaufen. In dem Bereich durchsuchen. Erfache ein Echo in der Nähe. Hier ist ein Echo. Analyziere. Teil 1. Nein, da können Sie nicht lang. Der Laden direkt über die Straße steht in Flammen ist. Ich habe es nicht gefährlich. Ich habe es nicht vergessen. Faye sagte, ich soll mich da täglich melden. Und die besorgente Faye ist der total wütenden Faye sehr ähnlich. Okay. Nummer 1 haben wir. Tüddeluy lülü lülü lülü. Scheiße, Ratte. Oh, hier vorne. Ach, Gegner. Boah, ich weiß nicht. Ja, oder? Nice. Hat so'n Explosionsröpter bekommen heute. Granate gekriegt. Ich will Level 7 werden, ich will die Rüstung anziehen. Hau ab, ich habe hungrige Kinder. Hau ab! Klau zeugt! Kommt man da hin? Ja, Mann, 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 Mann. Klingt, ist aber auch geil gemacht, ey. Das ist Neid. Die hatten wohl weiße Weihnachten hier. Ja. Das sieht nach Gegnern aus. Ne, zu höresten. Ich dachte schon. Die haben eine Waffe in der Hand. Oh mein Gott. Die schiebt mich weg. Das ist mit ihr. Das ist schon wieder so eine Quarantänezone. Was hast du gefunden? Vorsichtig. Ich bin froh, dass sie helfen. Das heißt, die Ärzte arbeiten an einem Medikamenten. Räh, 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 Räh. Diese Krähen hier. Okay, das ist ja gleich da. Okay. Na komm, renn mal ein bisschen her. Hier hast du dann ein ECHO. Analysiere. Was aufnehmen. Was zum einsammeln hier. Mach dir noch mal was. Ups. Kommen wir da rein oder was? Nein, kommen wir nicht. Habe ich endlich noch mal was zum einsammeln hier. Guck mal hier drinnen, Alter. Guck mal was da drinnen ist. Alter. Guck mal hier. Ach, denen kann man Müslieriegel geben. Dafür sind die Müslieriegel. Ich habe Wildlederstiefel gefunden. Juhu. Ja, mit dem ECHO passiert nichts weiter, glaube ich. Wir müssen aber hier drinnen, Alter. Hier können wir richtig gut was looten, glaube ich. Ich habe ein Wasser gefunden. Nahrungsmittelkonserve. Juhu. Moderne Kaki Hose. Nehmen wir da mit. Ja. Ja. Geil. Ja. Geil. Geil. Jeans. Oh, das tut da eigentlich toll. Das war's, oder? Hier noch ein. Ne. Aber jetzt geht's nochmal eine Treppe hoch. noch eine treppe und dann kann man rein ich habe eine sprengladung platziert oder was? Müsli Riegel, lecker lecker, lecker lecker, super 90, eine Schrotflinte das war's oh ja die macht schon ein bisschen schaden aber trotzdem noch zu schwach ich geh schon mal runter da hinten ist dann noch ein Echo irgendwie das ist das Echo hier das ist das was wir eben hatten ne? das war's wir sind da hinten irgendwie hin, da kommen wir da irgendwie rein ja mal rumlaufen oder? Mission wählen ja mal rum ja mal rum sehr schön was ist das? Zieloptik ach du machst schon warum müssen wir in der kälte warten und du darfst als erstes ran ach scheiße ist das gar nicht haltet die klappe und passt auf also müssen wir da hoch ja mal rum wir gehen ok ok na ja jetzt doch zwei Dank ich hab dir solche Sorgen gemacht wo bist du? wo bist du? bist du in Sicherheit? und die kommen noch durchsuchen ich hab das Funkgerät im Apartment vergessen aber wie geht's gut ich musste bloß meine Gitarre du musstest was? nein ist egal hör mir zu Heather ich schicke dir eine Eskorte die dich in Sicherheit bringt bleib genau wo du bist und bewege dich nicht von der Stelle und was sie angeht Agent das bedeutet mir viel unglaublich viel einen leichten Rucksack haben wir bekommen ich schicke eine JTF Patrouille vorbei moin ich schulde ihnen einen Gefallen jetzt ist er wieder einen großen ich kann ihnen nicht genug dafür ich melde mich lauende ey Psycho der nächste Star Wars Teil soll angeblich dieses Jahr noch rauskommen ja jedes Jahr einer ne jetzt vielleicht ein 17 oder aber immer soll der rauskommen so Mission abgeschlossen yey ok wir haben noch irgendwie einen Rucksack bekommen so jetzt gerade hatte ich hier gelesen die Woll ähm Gerüchte zufolge wurden viele Darth Vader Kostüme angefertigt na die Fettigkeitsstärke geht aber runter bei dem Ding ey aber die Schusswaffen gehen hoch ja nehmen wir den als Schrott markieren also ich hätte eben noch irgendwie Stiefel und so gefunden also Mod habe ich auch noch gefunden Zieloptik war geil die ist bestimmt cooler für mein Ding Mod Zieloptik oh Gott sieht die Schuss aus alles klar sicher ledig die nehme nicht ich habe eine Mütze gefunden vorhin Tiger geil ne ok moderne Kaki Hose nice schicke Wildlieder Stiefel oder einfache wir nehmen natürlich die schicken yey jetzt sehen wir total stylisch aus naja Kaki Hose geht bei dir die Party ab hier ist schon unten und Baller drum ja ich komme dir zur Hilfe nein voll hey hey er fasst ein Echo in der Nähe diese Katzen soll er das Echo mehr irgendwann oh guck mal der hat was gedroppt yey der hat was gedroppt was grünes der Weste Wachpersonal Weste Bedürftiger naja so lange kann ich jetzt auch nicht ne Dicho warum ich vergleiche mich noch zu meinem Bruder kommen dann heute Abend wieder ich habe eine einfache Mütze bekommen dafür dafür dass ich ihm geholfen habe genau bei der Elternfahrt von morgen dahin nur halt ich kann ja morgen nicht und deswegen vielleicht auch heute eben mal hin meinen kleinen Niffen besuchen ja ist ok boah es geht richtig Leben runter bei der laminierten Weste alter krass wenn ich im nächsten Level bin ich habe jetzt Lebenspunkte 2430 und dann habe ich nur 1950 oder für jeden meine Sekundär-SPS hoch mal abwarten hab ich eine andere Mütze jetzt bekommen oder ist das wieder dieselbe eine moderne Mütze eine einfache Mütze habe ich jetzt und dann ist was zum Sammeln Sie sollten helfen nicht alles schlimmer machen Boah jetzt weiß ich auch warum ich gerade nicht mehr wirklich klar kann mit dem Spiel ich habe doch vorhin einmal mit der Steuerung geguckt ob ich eine andere nehmen kann und die habe ich aus Vers...